Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz kurzen kleinen News-Video hier heute auf unserem YouTube-Kanal, welches Fortnite betrifft, und zwar steht hier geschrieben, seid ihr dabei, der 25. August 2023 dann in diesem Sinne. Wir haben da nämlich das Ende der Season 3 und den Start der Season 4, und ich denke, dass das dann hier somit der erste kleine Tiger ist, der uns eben auf die neue Season vorbereiten soll. Ich bin hier schon die ganze Zeit am überlegen, ich hatte vorhin gerade ein Video noch zu Chapter 5 aufgenommen, welches auch bald online kommt, bin dann aus der Runde rausgegangen und hatte diese Nachricht das erste Mal gesehen, kurz nach 15 Uhr hier heute am 19.8. Ja, was das sei, keine Ahnung, könnt ihr euch, hat das irgendwie mit einem anderen eine Kooperation zu tun, das Bild hier, oder kann man sich da irgendwas drunter vorstellen? Schreibt gerne mal eure, ihr seht es ja, das Bild, eure Meinungen, Gedanken, Vorstellungen in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne im Fortnite-Shop den Creator Code F1 eingeben und auch gerne Abo-Like-Glocke da lassen, um eben bald das Chapter 5-Video nicht zu verpassen, das wird auch ziemlich interessant. Aber natürlich auch, ja, dann den Livestream, den wir machen werden am 25.8. Das ist dann nächste Woche, der Freitag übrigens, also am Freitag, Samstag, zu dieser Region, wird dann viel FN-Content hier auf diesem Channel kommen. Seid ihr auf alle Fälle am Schlüssel, also gerne Glocke anmachen, schreibt euch das auf den Terminkalender, würde das Demplay sagen. Und, ja, einen Freitag, schön dann auf das Wochenende fallend, da haben wir auch viele Zeit zum Zocken, unter anderem auch die, die keine Ferien mehr haben. Und, ja, seid ihr dabei? Er steht hier. Ich hoffe, ja. Und das sind wir mal gespannt. Also schreibt wirklich, ich kann mir nichts, ich weiß auch nicht, ich habe schon die roten Linien vorhin angestarrt ohne Ende. Das hat auch nichts mit Star Wars zu tun, das ist irgendwie was anderes. Bin gespannt. Ihr seht das. Und, ja, haut mal eure Gedanken dazu, liebend gerne, in the Commentaries. Aber auch hier hat nirgendwo was damit zu tun, irgendwie, oder mit Marvel, ja, das meine ich vorhin nämlich, irgendwie diese Streifen. Ne, ach, gelaber, es gab ja schon eine Marvel-Season. Ach, keine Ahnung. Wird schon werden. Also, ich halte jetzt meinen Mund, lasst es euch noch gut gehen. Und, ähm, wir sehen uns heute Abend übrigens am 19. auch nochmal bei einem Livestream. Mann, genau weiß ich nicht, wir gehen heute noch auf den Geburtstag, deswegen muss das Video schnell aufgenommen werden. Ähm, und hochgeladen, ja, und qualitiv, wie man ihn kennt. Hauptsache, ihr wisst schnell Bescheid. Und, ähm, genau. Da können wir auch nochmal darüber plaudern. Ich bin gespannt. Vielleicht kommen auch die Tage noch ein paar Teaser. Live-Event kommt nichts, das ist klar. Na, das will ich gleich mal noch dazu gesagt haben. Weiß eigentlich jeder, aber, wo ihr das wisst, ähm, mein Live-Event kommt nichts. Ne. Na, mal schauen. Wenn noch was ist, ich halte euch auf dem Laufenden. Euer Florian, auf allem Kussi, ciao, ciao.